Meine lieben Filmfreunde, aktuell gibt es so viele Film- und Blu-Ray-News, ich komme gar nicht hinterher, aber ich versuche das Ganze für euch zusammenzufassen und dann in einzelnen Videos zu präsentieren. Gestern haben wir uns komplett auf deutsche Veröffentlichungen konzentriert und heute sind wir hier mit ein paar ausländischen Filmen, Filmtipps hier am Start. Ja, da gibt es zwei richtig spannende Filmtipps und die werden mit Sicherheit auch bei uns veröffentlicht werden. Die Frage ist dann nur eben wann. Dann haben wir noch ein paar sehr interessante Neuankündigungen von Filmen und Filmeditionen, dann noch ein paar Alternativen von ein paar Filmeditionen, die man eventuell in Deutschland verpasst hat, die man sich aber im Ausland auch noch zum selben Preis bestellen kann, inklusive deutscher Tonspur. Vielleicht ist da noch was Interessantes für euch dabei und zum Schluss hin gibt es dann noch die ein oder andere Preview hier. Also es wird ein sehr interessantes Video, deswegen legen wir hier los. Und wir starten direkt mit Oddity und das ist ein sehr spannender und interessanter Film. Der wird angekündigt als one of the scariest movie of the year, also einer der unheimlichsten und gruseligsten Filme des Jahres. Das hat man uns auch schon mit Long Legs versprochen, aber da merkt man nach dem Kinostart, wie die Meinungen auseinander gehen. Für die einen war es der unheimlichste Film des Jahres und für die anderen der unheimlich langweiligste Film des Jahres. So lese ich das zumindest bei mir in den Kommentaren. Wird also spannend sein, wie das bei Oddity ausfallen wird, denn der hat bisher sehr viele positive Kritiken bekommen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Gucken wir uns jetzt hier mal die Rückseite an, denn da bekommen wir auch noch eine kleine Inhaltsangabe. Es geht bei den Filmen um Danny, die wird gespielt von Carolyn Bracken und da können wir eigentlich auch schon in den Trailer reingehen. Da habe ich das Ganze schon mal vorbereitet, weil ich mir den hier noch angesehen habe. Und Danny, die wird dann hier ermordet in einem Haus, das sie mit ihrem Mann renovieren möchte. Und der Mann arbeitet in einer psychiatrischen Anstalt und anscheinend ist dort ein anderer Mann hier entflohen. Den sehen wir hier, der sieht auch ganz unheimlich aus. Und ja, zuerst macht man eben diesen Mann für den Mord an Danny verantwortlich. Aber kurze Zeit später wird auch er tot aufgefunden. Da gibt es einen kleinen Zeitsprung und es taucht die Zwillingsschwester von Danny auf. Die ist blind und selbsternannte Hellseherin und sammelt auch so okkulte Gegenstände und verfluchte Gegenstände. Und sie versucht dann mittels dieser Gegenstände den Mord aufzuklären an ihrer Schwester. Hier sehen wir die beiden noch, als sie jung waren. Und deswegen sucht sie da den Mann ihrer ermordeten Schwester, der aber schon eine neue Freundin hat. Also, wir dürfen gespannt sein, was uns hier erwartet. Hier sehen wir nochmal die psychiatrische Anstalt. Die Bilder, die sind sehr atmosphärisch und stimmungsvoll. Also, ich finde das schon mal richtig klasse, was der Trailer uns hier zeigt. Und freue mich auf den Film. Weiß jetzt nicht, wann der bei uns erscheinen wird. Hier haben wir dann auch noch diese Holzpuppe, die wir hier auf dem Cover sehen. Das sieht schon mal richtig, ja, angsteinflößend auf. In Amerika erscheint die Blu-ray zum 22. Oktober. Also pünktlich zum Horror-Oktober. Und da gibt es dann auch noch einige, ja, special Features drauf. Behind-the-Scenes haben wir hier dann ein paar Storyboard-Bilder und auch noch ein Making-of. Also, das ist richtig cool. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Bewertungen angucken, sehen wir auf Rotten Tomatoes bisher 96% beim Kritikerscore, bei All Critics, bei Top Critics sogar von 17 Kritiken 100%. Das ist echt nicht schlecht. Und beim Zuschauer, also beim Audience-Score, haben wir 83%. Das ist, wie gesagt, auch nicht schlecht. Wenn wir uns das Ganze hier dann noch bei IMDb angucken, sehen wir, dass der Film 7,4 Punkte von 10 Punkten erhalten hat, bei 1.756 Bewertungen. Also, das klingt schon mal nicht schlecht und ich freue mich definitiv hier auf Oddity. Mit Mother's Instinct wartet dann ein weiterer spannender Thriller auf uns, hier ganz im Stile von Classic-Hitchcock-Filmen. Der Film heißt Mother's Instinct und hier spielen die beiden großartigen Damen Anne Hathaway und Jessica Chastain mit. Und die beiden, die sind Nachbarn. Das Ganze spielt in den frühen 60er-Jahren und man lebt da auch in dieser schönen, idyllischen Vorstarter-Welt. Und hier können wir uns den Trailer auch schon mal angucken. Und beide sind befreundet, also Anne Hathaway und Jessica Chastain. Und dann gibt es hier ein Familienfest. Ja, hier sieht man, wie sie zusammen feiern und Party machen und dass sie eben beste Freundinnen sind. Und dann kommt es hier zu einem tragischen, ja, Unfall oder man weiß es nicht so genau. Denn der Sohn hier vom Charakter von Anne Hathaway, der steht hier plötzlich auf dem Balkon. Und da sieht hier Jessica Chastain und als sie dann hier hochläuft, ja, blickt gerade hier Anne Hathaway hin. Und der Junge ist plötzlich nicht mehr da und dann wird er eben tot aufgefunden. Und man weiß nicht, hat hier eben Jessica Chastain hier den Jungen runtergeschmissen oder wollte sie ihn retten. Und dann kommt es zwischen den beiden Damen hier zu einem Psychoduell. Und Anne Hathaway will sich dann hier anscheinend rächen und nimmt dann die Familie speziell den Sohn von Jessica Chastain hier auch ins Visier und treibt das Ganze hier dann auf die Spitze. Wir sehen es immer wieder bei den einzelnen, ja, Momenten hier im Trailer. Und dann kommt es hier auch zur gleichen Szene, ja. Also wir merken schon, worauf das Ganze hinausläuft. Leider sind hier die Kritiken nicht so prickelnd, ja, wie bei Ority. Aber wie heißt es immer so schön, man sollte sich immer selbst ein Bild davon machen. Und das werde ich definitiv tun, ja, bei IMDb sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Ihr wisst es, man kann von Bewertungsseite zu Bewertungsseite springen, um sich alles entweder schön zu reden oder schlecht zu reden. Ja, selbst ein Bild davon machen, das ist immer das Beste. Aber da bekommt man schon so ungefähr einen ganz guten Eindruck, was einen hier erwarten wird. Also ein absolutes Meisterwerk wird es wohl nicht sein. Aber ein durchaus solider Film. Ich mag die beiden Damen sowieso ganz gerne und deswegen werde ich hier auch bei Mother's Instinct einen Blick drauf werfen. Der ist angekündigt in Amerika zum 22. September. Also da dauert es gar nicht mehr so lang. Wann er bei uns erscheinen wird, weiß ich leider nicht. Hab dazu nichts gefunden. Falls ihr dazu ein paar Infos habt, gerne unten in den Kommentaren ergänzen. Wir machen weiter mit ein paar Filmen, die dürften den meisten von euch bekannt sein. Deswegen, wenn wir da ein bisschen schneller drüber gehen, sparen wir uns mal die Inhaltsangabe. Denn die meisten Filme wurden auch bei uns in Deutschland schon mehrfach veröffentlicht, auch in der einen oder anderen Sonderedition. Und in meinen Videos dazu haben wir auch ausführlich über die jeweiligen Filme gesprochen. Und es gibt auch zu den meisten Filmen auch eine einzelne Filmkritik von mir dazu. Also falls es euch interessiert, einfach mal in die YouTube-Suche reingeben. Und da findet ihr dann das ein oder andere Video zu dem jeweiligen Film. Und wir starten jetzt hier mit American Pie. Der erste Teil, der wird zum 25-jährigen Jubiläum, das sehen wir hier oben, von 88 Films in einer Deluxe Collector's Edition veröffentlicht. Da haben wir einen Schuber dazu, da haben wir eine 4K-Keepcase-Variante dazu. Und dann haben wir hier auch ein Booklet noch mit dazu. Es wurde der Kino-Cut oder die Kino-Fassung restauriert und auch die Unrated-Version. Das ist natürlich wunderbar. Außerdem kommt der Film inklusive HDR und auch Dolby Vision daher. Außerdem gibt es dann noch zwei neue Featured. Da gibt es zum einen ein Interview mit dem Kameramann Richard Krudo und dann noch ein weiteres neues Interview mit dem Komponisten David Lawrence. Also das ist doch auch wunderbar. Und dann gibt es hier noch jede Menge Bonus-Material an Bord, das aber bereits schon veröffentlicht wurde. Also eine richtig tolle Veröffentlichung. Ein genaues Datum gibt es noch nicht hier bei Amazon UK. Aber das wird mit Sicherheit auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, was bei uns in Deutschland noch ein bisschen länger auf sich warten lässt. Und zwar schon seit gefühlten Ewigkeiten ist die angekündigte American Pie Collection. Die wird immer wieder verschoben. Das ist natürlich sehr schade, wenn jetzt hier mittlerweile auch schon der erste Teil in 4K erscheint. Ja, da denke ich mal nicht, dass hier eine 4K-Version auch in dieser Collection hier drin sein wird in Deutschland. Aber okay, wir gucken uns jetzt, wie gesagt, die ausländischen Editionen an. Und da wurde American Pie eben, wie gesagt, zum 25-jährigen Jubiläum in 4K Ultra HD angekündigt von 88 Films. Eine deutsche Tonspur wird American Pie in 4K Ultra HD plus Blu-ray von 88 Films leider nicht haben. Dafür finden wir aber bei Zavi eine Alternative zu Friedhof der Kuscheltiere in der 4K Ultra HD Collectors Edition und auch zu Rosemary's Baby ebenfalls in der 4K Ultra HD Collectors Edition, die bei uns in Deutschland, ihr seht es hier rechts, leider nicht mehr verfügbar sind. Da war auch ich leider etwas zu langsam und zu zögerlich. Aber wenn wir uns eben hier angucken, also die Listung bei Zavi angucken, dann sehen wir, dass es sich zum einen hier um dieselbe Edition handelt vom Lieferumfang. Und wenn wir hier auf die Tonspuren gucken, viel größer können wir das leider nicht machen, aber da haben wir hier den Hinweis, dass auf der 4K-Scheibe Deutsch mit drauf ist, und zwar in Dolby Digital 2.0 und hier auf der Blu-ray ebenfalls Deutsch mit drauf ist, ebenfalls in Dolby Digital 2.0. Also für alle, die es wie ich verpasst haben, hier vielleicht noch eben eine Alternative, sich das Ganze von Zavi zu importieren. Und genauso verhält es sich mit Rosemary's Baby. Da können wir auch nochmal auf die Tonspuren drauf gucken. Sehen hier hinten auch Deutsch, Dolby Digital auf der 4K-Scheibe und dann hier ebenfalls Deutsch auf der Blu-ray mit drauf. Und auch hier die Ausstattung eben gleich, wie das Ganze in Deutschland angekündigt wurde. Wenn wir schon mal bei Zavi sind, dann machen wir doch direkt mit Zavi weiter und haben hier bei Zavi.de auch noch das Steerbook zu Thanksgiving gelistet. Ja, ein 4K-Ultra-HD plus Blu-ray-Steerbook. Das wurde ja vor einigen Tagen bei Amazon.com angekündigt. Darüber habe ich auch berichtet. Und hier haben wir nochmal das komplette Artwork. Vorderseite, Rückseite und auch der Innenprint. Wie es scheint, gibt es hier dann noch so ein kleines Gimmick mit dazu. So eine blutige Notiz. Und bei Amazon.com konnte man sich das irgendwie nicht importieren lassen. Jetzt aber die Möglichkeit für alle Interessenten über Zavi.de hier sich dieses Steerbook zu importieren. Da aber noch der wichtige Hinweis, dass auf der 4K-Scheibe leider nur Englisch drauf ist. Dafür aber Englisch in Dolby Atmos, wie wir das hier sehen können. Die Blu-ray enthält hier deutschen Ton. Aber die Blu-ray, die wurde ja auch bei uns bereits veröffentlicht. Und das ist wieder eine Veröffentlichungspolitik, die uns Sammler natürlich mega aufregt. Wie wir das bereits schon bei Megan und Violent Night hatten. Die beiden Filme wurden auch zuerst nur auf Blu-ray angekündigt und veröffentlicht. Es gab irgendwie keine Info dazu, dass eine 4K noch erscheinen wird. Und ein halbes Jahr später kamen dann die 4K raus. Und auch noch im Steerbook. Und genauso haben wir sie jetzt auch wieder hier. Also werden wir wieder doppelt zur Kasse gebeten. Natürlich, keiner wird gezwungen, etwas zu kaufen. Aber wir wollen unsere Filme, ja, die wir in die Sammlung aufnehmen wollen, natürlich in der bestmöglichsten Bild- und Tonqualität haben. Und dann auch, wenn uns der Film besonders gut gefällt, in einer schicken Sonderedition. Und warum veröffentlicht man das dann nicht gleich so? Also das ist natürlich nicht die feine Art. Aber okay, es ist jetzt wie es ist. Für euch der Hinweis auf jeden Fall, falls ihr euch dafür interessiert. Versand erfolgt ab dem 14. Oktober 2024. Und dann haben wir hier noch was bei Zavi. Und zwar das Steerbook zu Inside Out. Gut, das habe ich auch, glaube ich, schon mal kurz vorgestellt und angesprochen. Bei Amazon UK war es auch gelistet. Da aber noch ohne weitere Vorschaubilder zum Backmotiv. Ja, hier haben wir das Ganze eben jetzt bei Zavi abgebildet. Und auch den Innenprint. Den finde ich eigentlich persönlich noch am coolsten. Ja, ich finde, hier wurde einiges an Potenzial verschenkt. Aber okay, die Geschmäcker sind verschieden. Und dann schauen wir mal, ob das hier auch bei uns in Deutschland veröffentlicht wird. Genauso wie Thanksgiving. Könnte sein, muss aber nicht. In Deutschland bekamen wir von Civil War neben den Standardvarianten ein Mediabruck. Das habe ich euch hier auf dem Kanal schon präsentiert. Im Ausland waren bisher zwei Steelbooks angekündigt. Und nun ist noch ein drittes Steelbook angekündigt. Das ist hier zu finden bei Amazon UK. Leider sind alle Steelbooks hier im Ausland ohne deutsche Tonspur angekündigt worden. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wir wollen uns jetzt aber mal diese Steelbooks nochmal zusammen angucken. Damit man sehen kann, was gibt es denn hier an Auswahl. Und starten eben bei Amazon UK mit diesem neuen Steelbook, das angekündigt wurde. Das auch hier, wenn man sich die Vorschaubilder anguckt, höchstwahrscheinlich eine Rahmenprägung hat. Wie wir das hier sehen können. Ohne einen Titelschriftzug daherkommt. Und hier haben wir noch weitere Bilder. Also ich denke mal, das wird hier das Backmotiv sein. Gehe ich mal davon aus. Und hier sehen wir auch nochmal eine Prägung abgebildet. Ja, also soviel mal zum Steelbook aus Großbritannien sozusagen. Dann haben wir noch ein französisches Steelbook. Das hat ungefähr dasselbe Motiv. Hier den Schriftzug dann noch mit drauf. Der fehlt jetzt eben hier bei diesem Steelbook. Wenn wir das Ganze nochmal miteinander vergleichen. Und dann hat man sogar noch ein drittes Steelbook. Und zwar aus Bella Italia. Hier mit dem abgerissenen Kopf von der Freiheitsstatue hier drauf. Und hier der Schriftzug so draufgesprayt. Finde ich eigentlich am coolsten hier von den ganzen Motiven her. Aber wie gesagt, schade, dass hier keine deutsche Tonspur mit drauf ist. Aber einige von euch brauchen das ja auch nicht. Gucken gerne im O-Ton. Und deswegen vielleicht hier eine Alternative aus dem Ausland. Eines der drei Civil War Steelbooks. Außerdem erscheint in den USA noch ein Double Feature zu Get Out and Us. Also vom Regisseur Jordan Peele. Wir sehen es hier. Eine Limited to Movie Steelbook Edition. Beide Filme liegen dann in 4K Ultra HD und auf Blu-Ray vor. Mit jeder Menge Bonus Material. Wir haben hier auch noch das komplette Artwork. Mit der Vorderseite. Mit der Rückseite. Und auch eben hier mit dem Innenprint abgebildet. Das ist natürlich wunderbar. Da weiß man eben, was man kauft. Finde ich sehr schick und auch gelungen. Und hier unten haben wir dann noch die einzelnen Disks abgebildet. Ihr seht es. Also insgesamt vier Disks sind hier mit dabei. Zum einen die 4K-Scheibe der Filme. Und dann eben auch noch die Blu-Ray mit jeder Menge Bonus Material. Hier hinten haben wir dann eben auch alles aufgelistet. Was hier an Bonus Material mit dabei ist. Bei Get Out zum Beispiel. Alternatives Ende. Deleted Scenes. Ja. Und dann auch noch ein paar Interviews. Sehr interessant hier. Dann eben auch hier bei Us ist ein Making-of mit dabei. Ebenfalls Deleted Scenes. Und jede Menge weiteres Bonus Material. Sehr, sehr geil. Und hier haben wir dann die einzelnen Tonspuren aufgelistet von den jeweiligen Filmen. Also da ist Englisch in Dolby Atmos dabei. Und auch in DTS-X. Aber leider keine deutsche Tonspur dabei. Hier ist noch eben Spanisch aufgelistet und Französisch. Und hier unten eben auch noch Portugiesisch mit dabei. Und dann auch noch Französisch. Und hier können wir uns das Steelbook nochmal angucken. Vorder- und Rückseite und der Span. Und dann hier auch nochmal der Innenprint. Universal Pictures veröffentlicht noch ein weiteres interessantes 4K Ultra HD plus Blu-ray Steelbook. Und zwar zu Friday Night Lights. Das ist ein Sportler-Drama aus dem Jahr 2004. Welches aber im Jahr 1988 spielt. Auf einem Buch basiert. Welches wiederum auf wahren Begebenheiten basiert. Und da spielt Billy Bob Thornton einen Football-Trainer. Eine Highschool-Mannschaft. Die ja sehr vielversprechend in die neue Saison startet. Einen Superstar hat. Der sich dann aber sehr schwer verletzt. Nicht mehr weiterspielen kann. Dadurch ist die Mannschaft natürlich geknickt. Aber er versucht sich hier wieder auf Vordermann zu bringen. Hat auch einige Preise gewonnen. Dieser Film. Und der Titel spielt eben auf diese Freitagnacht-Flutlichter an. Denn immer wenn Freitagnacht hier die Flutlichter angemacht werden, dann geht es hier krass zur Sache. Wir sehen das Steelbook bei Amazon.com schon mal komplett abgebildet. Vorderseite, Rückseite und auch den Innenprint. Das ist wunderbar. Außerdem sind die Discs hier auch noch abgebildet. Die 4K-Scheibe und dann auch die Blu-ray. Hier haben wir dann auch noch die Bonus-Features aufgelistet. Also da haben wir ein paar Deleted Scenes mit dabei. Dann hier eben noch die Geschichte der 1988er Permian Panthers. Hier auf deren Geschichte das Buch und auch dann der Film basiert. Und dann haben wir hier noch ein paar weitere interessante Features mit dabei. Also eine coole Sache und es bleibt zu hoffen, dass wir in Deutschland dann auch noch diese Steelbook-Veröffentlichung bekommen. Genauso wie eben auch hier dieses coole Double-Feature. The Strangers, das Original aus dem Jahr 2008 mit Liv Taylor, wird hier demnächst in einer Walmart-Exklusiven 4K Ultra HD plus Blu-ray Steelbook Edition von Shout Factory veröffentlicht. Und von diesem Film gab es ja auch mal eine Fortsetzung. Jetzt findet ja auch aktuell ein Remake statt, das auf drei Kapitel aufgeteilt werden soll. Jedes so eineinhalb Stunden lang und Regisseur Randy Harland, der unter anderem auch hier, wie heißt es, Cliffhanger gemacht hat. Jetzt hatte ich selber einen Hänger. Ja, der hat ja angekündigt, dass er von diesen drei Kapiteln dann auch mal einen kompletten Cut veröffentlichen möchte. Wir haben aber jetzt hier, wie gesagt, das Original vorliegen. Und das erscheint hier in dieser Steelbook-Edition. Leider sehen wir hier nicht das Backmotiv und auch den Innenprint. Dafür haben wir aber hier die technischen Daten abgebildet und sehen, dass auf der ersten Disc die Unrated-Fassung mit drauf ist und zwar neu restauriert in 4K inklusive Dolby Vision. Dann gibt es eine zweite Disc. Da ist die Kinofassung mit drauf und dann noch ein paar, ja, Bonus-Material-Featurettes hier mit drauf, wie Deleted Scenes und auch der Kino-Trailer und TV-Spots. Und dann gibt es noch mal eine dritte Disc mit an Bord. Da ist noch mal die Unrated-Fassung mit drauf auf Blu-ray. Und dann gibt es hier noch jede Menge weiteres Bonus-Material mit dazu. Also eine ganz coole Geschichte. Und dann haben wir hier noch mal was mit Kevin Kostner. Also da werden jetzt aktuell sehr viele Filme veröffentlicht von ihm. Neue, wie wir das gestern eben in den Blu-ray-News schon festgestellt haben. Und dann ältere Filme. Zum einen Waterworld in Deutschland erschienen in 4K. Jetzt noch mal hier eine neue Steelbook-Edition. Ebenfalls Walmart-Exklusiv. Ebenfalls von Shout Factory. Aber nicht in 4K. Ja, und leider ist hier auch kein Bonus-Material aufgelistet. Auf der Rückseite finde ich ein bisschen schade. Aber okay. Immerhin sehen wir hier zum einen das Frontmotiv von diesem Steelbook. Wie wir alle wissen, wird Nightmare on Elm Street von Warner Bros. in diesem Jahr in 4K restauriert veröffentlicht werden. In der Keepcase-Variante, im Steelbook und auch in einer Ultimate Collector's Edition. Darüber habe ich in einem einzelnen Video ja schon mal berichtet. Da wird der Film dann in der Kinofassung enthalten sein. Und wie wir hier lesen können, auch noch in der Uncut-Fassung. Wir haben hier unten auch nochmal eben das Logo der Unrated oder Not-Rated-Version mit drauf. Also das ist natürlich eine geile Geschichte und passend. Dazu hat Warner Bros. jetzt auf dem eigenen YouTube-Channel einen offiziellen Trailer in 4K veröffentlicht. Und da kann man sich schon mal ein Bild davon machen, wie höchstwahrscheinlich dann die 4K-Restaurierung aussehen wird. Natürlich muss man dabei bedenken, dass bei YouTube alles immer noch etwas komprimiert ist. Aber es ist schon mal geil, hier Freddy wiederzusehen in diesem Trailer, den ich euch selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinken werde, damit ihr euch da selbst ein eigenes Bild davon machen könnt. Und damit soll es das gewesen sein, hier mit diesem Ausland-Special. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für euch mit dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus!